Laut Konsumforschung ist die Nachfrage nach Flachbild-TV-Geräten seit Anfang des Jahres deutlich gestiegen. Kannst du mir doch mal Geld leihen? 5.000 bis 10.000? Was? 15.000. Natürlich! Kein Problem! Aber du holst die nächste Runde. Einfacher an günstiges Geld kommen. Der Postbank-Privatkredit schon ab 4,44%. Postbank. Mein RTL. Solarium? Gut für die Haut? Keine Kompromisse mehr. Neu Garnier Bodysommer. Die erste Feuchtigkeitsmilch mit Kamille und einem Hauch Selbstbräuner. Intensive Feuchtigkeit und natürliche, gesunde Bräune. Mit jedem Tag ein bisschen mehr. Ganz ohne Solarium. Neu Garnier Bodysommer. Auch als Face-Sommer. Garnier. Wenn die Fluten steigen, wenn die Nationen aufbegehren, wird der Antichrist geboren. Er wird töten, bis alles, was ihnen gehört, sein ist. Und so wird eine Schlacht beginnen, um unser aller Seelen. Das Omen im Kino. Schwarz oder Weiß? Blosen und Hosen wie 12 Euro. C&A. Preise gut, alles gut. Ich habe Aktivia 14 Tage lang getestet. Also vor zwei Wochen habe ich damit angefangen. Und ich bin richtig froh, dass ich es gemacht habe. Schon in dieser kurzen Zeit fühle ich mich weniger aufgebläht. So als würde mein Bauch entspannen. Aktivia enthält diese Digestive um Essensiskultur. Er hilft bei täglichem Verzehr die Verdauung natürlich zu regulieren. Und der schmeckt auch noch echt lecker. Aber ich will Ihnen nichts erzählen. Probieren Sie es selbst. Aktivia hilft, die Verdauung natürlich zu regulieren. Künstliche Haarfarben, die aussehen wie ein Farbhelm? Schluss damit. Die Innovation von Schwarzkopf. Natural & Easy. Setzt beim Kolorieren helle und dunkle Farbakzente in nur einem Schritt. Für Farben, die nicht gefärbt aussehen. Und der Farbhelm? Für uns ein ganz alter Hut. Natural & Easy. Von Schwarzkopf. Professional Haircare for you. Meine Molke ist gesund. Meine auch. Meine Molke ist gut für die Figur. Meine auch. Und meine Molke ist richtig zum Genießen. Denn Zotjo-Guli Genießer-Molke ist mit Joghurt verfeinert. Bei nur 0,1% Fett, aber 100% Genuss. Zotjo-Guli Genießer-Molke. Jetzt für unterwegs. Gul weckt den Farbglanz. Natürliche Wirkstoffe wie Kamelle für blondes Haar verleihen Farbreflexe mit strahlendem Glanz. Für blondes, rotes oder braunes Haar. Farbglanz von Gul. Die Natur schöner Haare. Jetzt 5 Magifix-Logos sammeln und eine von 10 Reisen in ein Land der Fußball-Weltmeister gewinnen. Und was gewinnen wir beim nächsten Mal? Brasilien. Jetzt 5 Logos sammeln und eine von 10 Reisen gewinnen. Teilnahme im Handel oder auf magi.de. Neu von Gul. Ein Schaumfestiger für Langzeitvolumen und intensive Farbfrische. Für blondes, rotes oder braunes Haar. Gul Farbglanz Styling Mousse. Ich hab das Geheimnis schöner Frauen entdeckt. Und das koste ich jetzt natürlich aus. Müller, reine Buttermilch. Natürliche Schönheit von innen. Alles Müller. Oder was? RTL hat die Stars. Leigh & Rhymes. Mit ihrem neuen Album Whatever We Wanna. Der Wes Superstar zeigt sich kraftvoll, vielseitig und selbstbewusst wie nie zuvor. Inklusive der Single Strong. Bei RTL und RTLmusik.de. Heute im Nachtjournal Startschuss zur Dauerparty. 10.000 aus der ganzen Welt feiern seit dem Abend auf den Fanmeilen der Fußball-Weltmeisterschaft entgegen. Und neues von Deutschlands wichtigster Wade. Michael Ballack musste am Abend das Training abbrechen. Fällt er gegen Costa Rica nun doch aus? Das und mehr heute bei uns im Nachtjournal. Freitag, 20.15 Uhr. Glanz und Lämmer. So kennen wir den Musikzirkus. Aber wehe, man schaut hinter die Kulissen. Manche haben durch Schummeln Erfolg. Yes, yeah! Manche gehen irgendwie zu weit. Ich stehe praktisch vor einem Gutachter. Die andere Seite des Popgeschäfts. Die 10 größten Musikskandale. Freitag, 20.15 Uhr. Mein RTL Weiter geht's mit Stern TV. Präsentiert von der Kronbacher Spendenoffensive 2006.